Wir wollen ihn nicht zu sehr in Wallung bringen, denn er hat unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verdient. Ich glaube, auch wenn man sich noch so ein ganz klein bisschen hineindenken muss, aber den Ablauf, schaut euch das an. Dieses effektvolle Schöne übers Knie. Ich denke, Klappi hat einmal mehr genau richtig hingeschaut. Hier aus dem Weltstamm der großen, unvergessenen Finn-Länderin. De Niro, Totilas, Londonderry, Dornier gibt uns die Ehre mit Heiko Klausig. Du drehst jetzt mal ganz in Ruhe deine Runden hier mit dem herrlichen Junghengst. Auch eine interessante Anpaarung. De Niro nochmal direkt auf der Vaterseite, dann das sehr imposante Totilas-Blut. Und dann, wie ich schon vorhin erwähnte, nochmal Londonderry wieder in dritter Generation. Und man muss dazu sagen, er ist Halbbruder zu Fürst Totil. Das heißt also, die Mutter ist dieselbe und hat diese beiden hervorragenden Hengste gebracht. Also auch eine Aussage, dass das ein abgesicherter Mutterstamm ist. Und diese tollen Hengste draus erwachsen. Der andere groß gewachsen, langbeinig, Dornier, kompakt, geschlossen. Auch ein sehr imposanter Typ, denke ich, der das Angebot der Stationen Helgstrand und Schocke-Mülle nochmal erweitert. Wie er schon zurückkommt und sich auch gut auf seinem Hinterbein trägt. Auch einer eben von diesen vielen, vielen tollen Hengsten. Die sich mit hervorragenden Grundgangarten hier präsentieren und dann noch in dieser herrlichen, lackschwarzen Jacke. Und wie gesagt, das direkte De Niro-Blut. Da sind wir natürlich froh, dass wir nochmal einen Hengst mit einem so tollen Mutterstamm dahinter hier in dem Aufgebot wiederfinden können. Heiko Klausing, wir sagen dir Dankeschön. Und sagen Dankeschön an Klappis Geheimtipp, Don Yeh. So, Sie sammeln sich noch einmal. Um über die große Schlussgrade uns zu verlassen. Liebe Hannoveraner, hier ist ein Hannoveraner. Und wie verabschieden wir den Standesgemäß? Ich möchte mich mit hervorragenden Grundgangarten hier präsentieren und dann noch in dieser herrlichen, lackschwarzen Jacke. Und wie gesagt, das direkte De Niro-Blut, da sind wir natürlich froh, dass wir nochmal einen Hengst mit einem so tollen Mutterstamm dahinter hier in dem Aufgebot wiederfinden können. So, da sind wir natürlich Hannoveraner. Das wollen wir nicht unterschlagen an dieser Stelle. Das ist das, was die Strahle von Weizen trennen, meine Damen und Herren. Und wenn er ihn so auskennen lässt und der Griff, der Motor aus der Hinterhand gehalten bleibt, dann wissen Sie, wir sind genau dort, wo wir züchterisch gehen möchten. Lieber Heiko, wir sind hier in der Phase Deines Schrittes. Noch einen Moment lang, wutz, mäuselige Stimme. Auch bei dir möchten wir uns auch das Herzlichste bedanken, das ist nicht selbstverständlich. Das Gefühl hat der liebe Gott dir schon immer mitgegeben, aber die Begeisterung, die kommt aus dir selbst. Junge, hengst du so in Szene zu setzen. Heiko Klausig, wir sagen dir Dankeschön. Und sagen Dankeschön an Kratis Geheimtipp. 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 Wir haben die große Schuss gerade um uns zu verlassen. Liebe Hannoverana, hier ist ein Hannoverana. Wie verabschieden wir den Stand des Gewichts? Wo kommst du denn weg? Das liegt jetzt von einer anderen Seite. Kommt euch das an! Kommt, Herr Hofer, in die große Welt! Glorie!